die machen das so wie letztens und setzen sich hierhin das ist natürlich jetzt so die b-schissenste sache weil letztens haben die das bei dem letzten kreuz ganz links gemacht und haben dann trotzdem gesagt wer sich der s-kurve nähert das ist ja schon nicht nähern das ist ja noch gar nicht in der s-kurve drinne ja wir waren so auf der höhe wo du jetzt auch bist und da haben wir kontrolliert nächster gang würde ich sogar sagen nächste straße rechts kann auch sein so pass auf die schreibt mir gerade wollte es nur gesagt haben ja ja passt last crunch ihr rückt bitte auf meine position langsam und leise vor lassen uns mal noch die obwohl die absperrung lassen wir jetzt hier anspannen die müsst ihr abbauen das sind ja deine deswegen kannst du die dann abbauen die kannst du auch abbauen ich doch konnte ich mich nicht aufnehmen aber egal wo stehen sie hier in der felsgruppe ich kann nicht beschließen ist kein ding habe keine scharfe sollen wir den schreiben wer hätte sich ergeben sollen sonst ist ja noch keiner von uns der geos sitzt da auf jeden fall mit einer scharfen waffe gehört intensiv auch zu denen ja denke park ja auch mal irgendwo links rein weil es auf alle die die innerhalb unserer absperrungen sind spät in der kurve ist bei der rein haben pech gehabt wenn die weg sind dann sind sie weg wo der stadt hier bei dpl fährt er jetzt vorbei da fällt auch einer auf gerade auf dem gebrochenberg der gehört dazu mit zur warnung ja ja festnehmen los ja der ist weg jetzt haben wir aussteigen was man kann aussteigen jawohl wo sozusagen die gesagt er ist rechts an dpa das sind zwei sammach sie gerade an uns vorbeifahren über den berg mitnehmen anhalten auf das janu der ist so weit weg bekomme ich nicht mehr ran wo sind du gerade den geodag gesehen den letzten kreuz was ich da gemacht habe sind zu viele da wohl hier steht nur noch mal zu sicher zu sein scharfe munition ja ja waffen gewalt wurde angedroht nö ernst nehmen wir nicht er wollte die starke geschützt geschickt hier eigentlich ganz gut weil ich hab den ergo eigentlich voll im klick gehabt wo ist die rate hin so wie er mal da wird gehen und bringt um darauf werde er gar nicht mehr ausgeraubt wurde sich das richtig richtig mhm so wer ist dabei also wer wer wurde euch angekendet intensiv ge und berserker also der nodoklan und einmal berserker dabei die frage ist wo sind die jetzt entweder hauen die hier hinten ab das ist die einzige richtung wo sie momentan noch raus können intensiv steht drüben auf dem berg ne kann das sein den kann ich von hier spotten von hier hinten auf welchem berg ähm wenn ihr jetzt einmal bitte markieren ja noch markieren macht so und wenn einer kommt dann auf die reifen schießen die markiere ich mit welchem zustein doppelt 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 also auf der karte und dann doppelt links tasse von der maus du meinst auf dem felsvorsprung das markiert guck so ziemlich gerade aus da steht ein gelände warm hä? wo? wo ist was markiert? ich hab nichts markiert ich hab was markiert ja bitte im gruppenchat markieren sonst hast du das für dich alleine markiert also ich hab's gesehen direkt 150 meter vor dir der wolf hinter dieser kleine erh- hinter der kleinen erhöhung wo auch der bus drauf ist iiiiip da kann ich aber nicht hingucken es kann sein dass da einer sitzt weil genau links daneber von euch müsste der gen raken laufen La's pass auf wahrah wobei ich den namen jetzt nicht mehr spotten kann das kann sein dass er jetzt auch ich hab sie beide auf mich wird geschossen auf mich wird geschossen die sind da oben an den stein an den stein habe ich gesehen genau auf mich wurde geschossen auf mich wurde geschossen las links von dir ja diese dieser hohe stein ja davon weiter links die umgehen auf mich wird weiter geschossen ich sehe sie auf dem berg ganz oben ich kann mich nicht verziehen bin tot lieutenant denn jetzt ist auch dabei deutlich von norden 49 grad ungefähr lieutenant denn jetzt sehe ich von hier wenn ihr wieder zurück kommt zu unseren fahrzeilen genau alles was ihr seht erschießen kann man mit ner stunpistole erschießen naja taser knight aber lieutenant denn jetzt war nicht angekündigt du eindeutig von oben bau den schalldämpfer ab ich bau den schalldämpfer ab lad einmal nach meinst du mich ja sie sind immer noch auf dem berg da oben einer ich kenne mich von mir aus da oben ist auf jeden fall einer ja jetzt legt er sich gerade hin auf der karte wird mir eine markiert ich weiß nicht markier mal steht nämlich auf der karte ich sehe es nicht bei mir schlagen die schüsse ein auf jeden fall von hinter uns dann verzieht dich bei dir schlagen schüsse ein ja bei mir in der nähe ich höre es auf jeden fall ganz deutlich ich höre dir auch hier die die leute von dp 11 bitte vorrücken auf jeden fall sind hinter uns die sind uns auf jeden fall umgang wie wir auf da bei der abhau möglichkeit sind die ich bin tot also berlin müsste quasi fast auf den gucken wenn er sie etwas weiter weg ist ich sehe sie hinter der mauer hinter der mauer oder nein wir sind nicht hinter der mauer aber auf dem berg hinter der mauer hinter der ich kenne die astrobe wie viele leute wurden eigentlich angekündigt also nodo clan und geo nodo clan gut dass ich jetzt gerade von einem daniel getötet wurde ja ich sehe nur schützen da läuft er mitten auf dem berg rum beide drei drei auf dem berg einer auf dem berg da wo ich markiert habe sag ich sie zu dazu dass du dich da auch irgendwie verziehst und in schutz gehst ich stehe hinter der mauer mich sehen sie nicht ist noch jemand von denen in der s-kurve ich bin tot ich glaube nicht dass da noch jemand von denen sie kommen aber runter sie kommen aber runter alle drei auf dem berg intensiv sie kommen runter jetzt stehe ich alleine hier ne waffe ja ich bin anwärter ja aber intensiv ja ich werde auch geschossen einmal abhauen ah ich kann sie ins visier nehmen feierfrei schieß ich werde geschossen und bin gleich tot alter mensch halt doch mal die luft an trinken energy weil du hast geschossen ne oh hab ich nicht mehr erschrocken erschreckt vor Ort nur 30 glas komm her ich bin ich mit woher ja auch hier und so endet er der erste Ausflug mit scharfer Munition nein sie sind da verdammt jetzt sterbe ich auch jetzt sterbe ich auch sie haben mich gesehen oder dann probier ab zu hauen ne ich kann in keine richtung jetzt laufen ich hab sie über die straße laufen bin ich tot ich hock grad im busch wie weit sind die leute von dp ähm elf warte mal sie laufen sie laufen gerade an mir vorbei sie laufen gerade an mir vorbei sie laufen gerade an mir vorbei ich stehe genau vor mir oh man wenn du kannst wenn du kannst aufstehen und äh shift r sofort festnehmen hat keiner ja 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 sie drehen sich immer alle in andere in alle richtungen wieder ich weiß auch nicht wo der dritte ist kein risiko gegeben ne ne genau lieber in der sich und deckung bleiben ja ich werd beschossen wobei drei leute drei leute es sind vier fünf Anwärter sollen rausgelassen werden eigentlich dachte Tobi auch schon was soll ich denn machen die haben uns umgangen ja was soll ich denn machen wenn die Anwärter waren hinter mir mehr wie hinter mir geht nicht ja soll ich sie in Kavala lassen oder wie also ich bin am RHQ gespawnt äh kriegst aber kein Fahrzeug da das heißt du darfst jetzt erstmal die 2,4 km laufen oder ich will ne Sniper haben man ähm wenn äh Sergej allerdings bei Artira spawnt ach ne haha da war ein Problem ja Sergej du darfst ein Artira spawnen darfst ein Fahrzeug holen ich seh entern den den sehe ich der läuft gerade aufm berg oben lang feuer ich hab keinen ich hab keine Waffe ich ich könnte ihn jetzt so abschießen beschmeiß ihn mit Wattebällchen haha ich hätte die 3 aufm berg hätt die auch schon abschießen können aber mit dieser scheiß Pistole bin ich schon für gar nichts auf Entfernung kacke 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 mensch jetzt laufen sie weg glaub ich hab den einmal geschliffen aber das hat nun wirklich gesessen das hat den jetzt nur Angst gemacht meinste ja die laufen jetzt von uns weg das sind 4-5 Leute mit was fahren die denn weg bitte also er läuft jetzt in meine Richtung das heißt er läuft zur S-Kurve ja die S-Kurve bitte absichern und alles was sich jetzt in der S-Kurve nur rührt und wenn's ne Hase ist erschießen einen seh ich noch ja Wolf weiter darfst du nicht ne wieso 1,5 Kilometer er läuft jetzt auf die Straße wir sind jetzt 1,3 entfernt vor der S-Kurve von Kavala aus da ok ich bin jetzt bei dem Strommast guck mal bitte auf die Entfernung ja da schießt jemand auf ihn wunderbar äh du nährst nicht ich näher mich kann ja nicht ich fahr weg ich hab nur noch 4 Magazine ne du fährst schräg drauf zu fahrt nach warum treff ich? ich schleif dir nur noch an da sich wahrscheinlich gerade niemand um den ADAC kümmert was schreib ich mal oder was? hab ich schon ok bin ich jetzt eigentlich alleine? momentan ja nein nein ich bin auch noch da mit Mike das heißt mit mein CV dürfte ich im Prinzip mit mein CV dürfte ich im Prinzip nun gar nichts mehr nichts was illegal wäre ne ja aber ich helfe ja der Polizei wenn ich den abballer 6 fall back so mal gucken ob ich was treff einer noch aufm Berg ich seh hiervon hier aus läuft läuft zu läuft runter von dem Berg Florie hab noch keinen im Visier Florie vielleicht kann man bis zum Haus unten vorrücken irgendwo wird ein Auto geknackt ist bestimmt ein Bullenauto mhm ja die von Lars und von meiner stehen dann noch da rum ne also Lars und Hackballs boah meiner steht auch rum ich zieh direkt mit dem roten Punkt auf ihn und noch ein kleines Stück höher und ich treff nicht oder was da kommt ein grüner SUV wo von Jux ähm gleich bei der Sko alles was sich hier bewegt wird abgeschossen aber ne ja aber nicht mich bitte hehehe außer Kollegen was denn woher soll ich denn jetzt wissen wer noch dabei ist und wer nicht ja er sieht sie ja im Hexagon NEIN wenn der jetzt ein Zivilist durchfährt und er wird halt totgeschossen mein Gott dann hat er Pech nicht ja ich muss hier irgendwie mal durch wo bist du denn denn hier unten guck mal auf die Karte Jux fährt durch die S-Kurve Zivilist komm doch einfach nach vorne gelaufen Digga bei den anderen Weg hier rein ja ich hab da hinten abgeschwärt ne ist das ein Zivi der jetzt äh dazu gehört oder ist das ein Zivi der nicht dazu gehört das ist jetzt nur die Frage da ist auch für mich ein Zaun du hast halt da hinten im Griff ne Martin ich steh hier bei dem Kiosk und Hangsteller ist das ja nicht kein Trepp oder was der fährt jetzt an mir vorbei dieser ja weil da hinten nämlich noch abgeschwärtig ich bin still Intensiv knackt 100% ja jetzt ist der Hage Berlin rumgefahren und du läufst jetzt ne hä die Karte spastet immer noch ja ja ich bin jetzt wir sind jetzt zusammen in einem Auto achso wir sind gestorben wir müssen gegebenfalls unsere Kleidung neu sortieren äh ja achso hier lass wir dürfen nicht hin ne ist ja auch klar ne 15 Minuten ja ja wir bleiben jetzt hier äh ja ich weiß 15 Minuten ja Nachbarort ja aber wir sind in einer Rente zu unseren Fahrzeugen fahr mal hier auf die ich glaub 5 nach oder so zu unteren unsere Fahrzeuge Tankstelle oder so ja Nachbarort war jetzt eben grad noch ein äh ich bin jetzt nur wo unten in der Ausbruch äh S&W ja da kommen wir ich steig jetzt mal aus und kleidere mich kurz nochmal neu ich bin Mike wir müssen von rechts von dir kommen auf mich schlagen Schüsse ein kack ich bin tot ja ich hat der der hat jetzt alle weggeholt von uns ne ja ne hast du ähm auch schon gewechselt ja stimmt ne der hat mich nicht weggeholt dann fahren wir jetzt mal ein bisschen näher ran wie er war dann feige ich jetzt wo Richtung Agios also einer rennt auf jeden Fall in Richtung jetzt DPL Doktor Mare ist da ohne Waffe seh ich das richtig ja der darf aber eigentlich nicht abgeschossen werden ja ja abgeschossen worden was 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 Anwärter dürfen was sie tun und was sie machen und ähm ich sag ich immer mal was die Zivilisten mit dem machen das ist ähm das wir wieder Richtung Agios fahren falls wir dann auch eingreifen können dass wir nochmal eingreifen können eventuell ich frag mich nur wo intensiv ist du das ist mich gleich kackigal bin ich gleich als wir die Möglichkeit liegt noch hätte wir Mike sein Auto und abhauen dann entferne dich bitte bitte ihr habt noch 5 Minuten vor euch dann sind wir wenn wir da sind ähm auch wieder einsatzbereit mhm ne ich bin ja vor euch gestorben allen ich war der erste der tot war wir fährten da mit einem Auto wir würden auch natürlich ähm mit Grunchka zum Airfield und den Helikopter wollen mhm mhm Achtung knacken die jetzt alle Fahrzeuge wisst ihr das? alter was machst du da? warum greifst du so? gacken auf jeden Fall viele aber ihr habt die ja so weit weggestellt Entschuldigung wir konnten nicht in der S-Kurve parken ich werde es nicht müde nächstes Mal mitten auf dem Zivilisten zu parken aber dass wir sie einfach umfahren genau ne Entschuldigung sie sollen den Baum umfahren nicht umfahren ja hier bei mir steht ähm Hunter oh ja Agent hat